PEGI 16 Eosea, besessen von Götzen und von blinden Kräften, entstellt. Diese Welt ist verdorben über alle Massen. Mächtiger Ifrit, Herr des Infernos, steig zu deinen Dienern herab in flammenlauternder Herrlichkeit. Eure Seelen mögen brennen für alle Ewigkeit. Eosea muss gerettet werden. Ich bin die Allerhöchste aller Götter. Die Allesübertreffende. Wir führen diese blinden Völker in die Zukunft. Zu einer neuen Ordnung. Ich ergebe mich, aber verschont meine Leute. Ich bitte euch. Söhne und Töchter von Uldar, der Perle der Wüste, deren Feuer in uns brennt und deren Blut uns stellt. Du bist also der Abenteurer, von dem mir berichtet wurde. Ich spüre eine doppelte, kalte Präsenz. Nie war ich stolzer, die Enterprise mein Schiff zu nennen. Jetzt weiß ich alles wieder. Ich bin Sid Garland. Ich bin Sid Garland. Und. Ich bin Sid Garland. Ich bin Sid Garland. Ich bin Sid Garland. Ich bin Sid Garland. Es gibt 115. Ich bin 40,000. Ich binors. Ich bin Söchbert. So muss die Geschichte von dir und dem Kristall ein jähes Ende nehmen. Ha, 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 ha! Untertitelung des ZDF, 2020